So, weiter geht's. Ach, scheiß drauf. Boah, es sind schon mal ein paar mehr tot. Na, jetzt habe ich dafür keine Munition mehr. Jetzt müssen wir den hier benutzen. Ihr kleinen Mistviecher. Wer konstruiert denn so Müll? Wer weiß, ob noch Jäger kommen deswegen. Hättest du dich mal lieber versteckt. Komm jetzt! Mal lieber versteckt. Ich verballer hier die Munition. Ist sowieso nichts mehr für die Bücher. Toll. Hallo! Die Arme. Das gibt's doch nicht! Genug Raketenwerfer. Für heute. So, dann nehme ich auch mit. Oh, das ist ein... Ein anderer Beppo. Muss weiter auf ihn schießen, wenn wir da nicht sein... Viel gefälliger als mit Schwert. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, wo ist die Deckung? Nein, wo ist die Deckung? Nein, wo ist die Deckung? Auf deiner Seite sind die auch. Hä? War hier nicht gerade noch einer? Oh oh. Oh, beide damit, das ist ja was. Nett. Oh shit. 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 Okay, okay, ich hab verstanden. Kann ich auf die andere Seite irgendwie? Oh shit. 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 La 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 Ehrtisch, Michael, das gibt's doch nicht. Ich muss aufpassen, was diese Pelle auf der anderen Seite betrifft. Oh Gott, oh guck mal hier sind Granaten, das ist gut. Das gibt's doch nicht. Nix da. Nein, nein, nein. Nein, das gibt's doch nicht. Wo bin ich denn hier noch irgendwo leben? Komm, wir gehen mal nochmal zurück. Okay, warte mal. Vielleicht sollte ich die Pistole loswerden. Vielleicht sollte ich Direktionalgewehr holen. Bestimmt noch irgendwas hier. Komm, wir gucken mal kurz. Hier ist irgendwie so ein dampfendes Ding. Da ist eine Röhre. Bestimmt irgendwas. Ich höre ja noch einen hier rumgrubbeln. Blablablabla. Oh ne, das ist noch besser. Nö. Die. Jetzt gehen wir mal hier. Da war ich noch nicht. Und da kann ich auch gar nicht durch. Okay. Okay, alles klar. Ne, hier gibt's sonst nix. Wundert mich. Normalerweise gibt's hier immer irgendwie was. Oder ich bin ziemlich immer dran vorbeigelaufen. Macht der jetzt nochmal Kontrollpunkte oder? Laden. Ne, schade. Ich hab mich gesehen. Ich glaub nicht. Hm, ich kann bestimmt auf die andere Seite springen. Oder auch die da hinten haben mich gesehen. Hm, oder auch nicht. Doch, das geht bestimmt irgendwie. Und ich will Granaten hier haben. Ich glaub das sind nur die roten, kann das sein? Ne, der auch. Die roten! Hm. Oh nein, wir machen bisschen munitions. Okay. Ah? Ach ja, die kleinen Gnome. Wo ist er? Da ist er. Ich will doch nur ein Medi-Panik. Bitte, bitte, bitte. Sonst sterbe ich hier noch rigoros. Ich suche nach Blut und toten Marines. Tote Marines. Hm. Vielleicht ist das wichtig? Ah! Ah! Ich habe eine Klinge gehört. Hinter mir? Hätten sie noch ein paar Raketen, glaube ich. Jawohl. Guck mal, gehen wir mal so durch. Oh, ist ausgewichen. Zack und cool, ne? Ich fand das System immer geil. Oh! Oh! Stopp! Ja, ja, ja. Boah, die geben einem immer einen guten Kampf. Das finde ich richtig cool. Da habe ich mir schon wieder was übersehen. Ich glaube ich jetzt mal zum Kontrollpunkt. Da muss ich doch irgendwo diese Pyramiden hoch. Ah, der Teufel spricht vielleicht oder auch nicht. Jetzt aber auf deiner Seite. Dann laufen wir... Oh nein. Oh Gott, wir laufen lieber. Oh nein, ich stehe eng gefest. Ah! Ohne mich, Freundchen. Selten. Bei der Innen. Oh oh. Okay. Okay. Das hört sich doch nach... nach Hinterhalt an da unten, ne? Ach so, hier ist schon wieder so ein Modul. Also ich fand das... das... die Stelle fand ich mal am blödsten mit diesen ständigen... engen Räumen hier, wo man hier kämpfen muss. Oh, das wird noch schlimmer. Da kommt noch was anderes. Ah, hier. Ich erinnere mich. Okay. Oh, okay. 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 Wo ist er? Ist der weg? Der ist nicht gestorben. Der ist geflohen. Endlich. Oh, das war so einer. Oh, hab ich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Oh! Das ist nur Munition. Ist das nur Munition? Scharfschutz-Munition. Na gut. Ah, toll. Oh, nein. woops Ich meine, guckt euch mal an, wie viel cooler das aussieht als Reach. Ich meine, aber Reach wurde, glaube ich, noch gar nicht remastered. Das wurde ja zweimal überarbeitet, glaube ich. Comedy-Evolved, glaube ich, zwei oder sogar mehr. Soweit ich weiß. Der Widerstand scheint stärker zu werden. Wir müssen in der Nähe des Kontrollzentrums sein. Oh ja. Leute, ich höre jetzt mal auf. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Halo 2, äh, 1 Comedy-Evolved. Entschuldigung. Nächste Folge bei Halo 3, 2 Comedy-Evolved. Nächste Folge bei Halo 3, 2 Comedy-Evolved. Nächste Folge bei Halo 3, 2 Comedy-Evolved. Bis zum nächsten Mal.